Yo, hi Leute, hier ist euer Mr. Ganschnur, mein Name ist Raffel und willkommen zu einem weiteren Let's Play. Let's Play, ähm, ja, wir machen TS, Let's Play TS, Let's Play TS, Let's Play TS, Let's Play TS, ich laber so eine Scheiße, ich weiß nicht, was ich labern soll, mach wieder von heute, Scheiße. Yo, hi Leute, hier ist euer Mr. Ganschnur, mein Name ist Raffel und willkommen zu einem weiteren Let's Play TS, äh, ja, ich bin ein Loser und mit dabei ist der Kuma 9210, was geht, und wir machen jetzt einfach mehrere TS hintereinander, ich hoffe, wir machen eins, zwei, drei, vier TS jetzt in diesem, weil die dauern jetzt auch nicht so lange, und deshalb fangen wir jetzt mal mit den TS an, wenn man jetzt einfach ohne SP, warte, 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 das ist die Gruppe, okay, warte, Ich hab grad irgendwie, so dumm Siedler, angriffen, und dann, ähm, ja genau, ich hab etwas, äh, will mit euch bereden, ich weiß nicht, also bei mir ist derzeit so, ich spiele gerade mit Boogie, ich hab übelst Bock mit Speer und so, und, äh, mich will eigentlich auf S3 vielleicht ein Charakter aufbauen, am Anteil oder Schwerti, und ich will irgendwie nochmal Schwerti auf S1 aufbauen wieder, denn auf S2 will ich noch etwas machen und so, und irgendwie weiß ich aber nicht so recht, was ich machen will, und fragen euch, was würdet ihr mir empfehlen, einfach mit Boogie weiterspielen oder mit Mage aufbauen wieder, oder was würdest du mir empfehlen, vielleicht kannst du mir sagen, was mir empfehlen würdest, guck mal, Also ich persönlich würde dir empfehlen, irgendwie auch so, von Entweder, irgendwie neu an auf S3, und macht eben wieder dein Monster-Mecher, also es war wirklich, ne Beste, weil er dann mit Schiffen, deswegen, also ich würde sagen, mit der Mage, oder wieder, ich meine, und dann auf S3 spielen, wie so gut wie, wenn er so irgendwie, aber es neue ist, nass du, du meinst ganz neu, aber auch auf S1 ist natürlich nicht offensichtlich. Na, 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 ne, ja, vielleicht mal nicht dies, ganz von Anfang, irgendwie so, mh, oder, 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 ich mache auf S1 so, Boogie, wird mein Name, und mein Mage wird eher so für Rates, akzeptet zwei Rates, ne, oder, es ist das eine bis zu ein Nubel, bei der Ehebettung der Schäden ja ich hoffe nur so Equipment so ein 5 plus 8 halt 90 erreicht ein vollkommen aus 9 Holi plus 5 und Prozent ja vielleicht mal ich dann einfach das und will dann mal diese Eisbogen wird dann immer erweiten ab für 2 Welt für immer mit Glück er sieben Boxen verkaufen alle Box ich bekomme das machen wir hier TS 8 bei mir deckt es ein bisschen manche Füte ja die sich daran dass mein ein Ding ein bisschen um es wird mein Laptop aber irgendwie kann ich das nicht sauber machen also den Staub da und ich muss die ganzen Laptop aufmachen das ist unvorteilhaft ja kann schon reinkommen oder ja wo bist du denn oberen TS also das führt auch nicht wahr für die ersten Dachsehera kommt wenn ich mich er dritte hübsch weil ihr bis sich der beste du du Kasper du Kasper ja ich weiß ich was ich kann zwar und bei kommentaren hinschreiben was ihr hier empfehlen würdet ich hätte ich eher bock einfach boogie mein main und dann halt mage halt so 5 plus 8 equipment 6 plus 8 equipment kaufen 90er und 9 holly plus 5 und vielleicht eventuell noch ein vokane plus 5 reicht aus ja nur deshalb genau das würde ich dann vielleicht machen und eventuell mit Kuma auf S3 neu anfangen ja ja genau und dann ja dann vielleicht auch aufs 3 vielleicht auch noch Trägen aber ich bin so langsam schicken jetzt wissen wir jetzt normal reicht Bitschiel Bitschiel Bitsch 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 Bitschiel Bitsch Bitschiel ob sie hat sich aus ob es ist die Welt würde meine auch so Hobsen so wie Hase so Hobsen so Hobsen 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 so richtig so so richtig du bist richtig Lame Bochenschlupf er und hat genau ich bin am überlegen mehr ein Punkt 70er Pro er sieht das habe ich so verletzt wie es mir hat er nicht ob ich auf ihn mir dann er sieht das 10 Uhr schnell vor ich hab er sie bis 10 was auch nice man und den 63er müsste ich da verkaufen sind für 150 ja dann müsste ich nur noch der Kartoffeln und hab den ersten bis 10er weil es sieht wie viel geil aus und der sogar ein bisschen besser habe ich ähm Bulli ist ein bisschen besser ich glaub all den Damage Bus vorn weiß nicht 53 oder so also richtig gut richtig und dann noch mit Eis hat 8 oder 9 und dann noch mit Angriffsdaten und dann noch Welt Schaden also richtig im beeinfacht wurde natürlich in der unteren Bulli ist ein bisschen schlechter weil ich würde sagen ist jetzt nicht so tragisch ja ob er zu sehen verkürzt beschäftigt Jörg der Vorführer hey wie lange würde das dauern wenn du dich von der B1 bis der B1 bis der B1 bis der B1 bei Dunder Levels wo ich kommt da könnte sich ausrechnen zu den Geschäfters auf die Schüttel und Grombardt wenn man bestimmt schon schon Todmann ne man könnte es aussieht man muss auch sein wie die XP man braucht also von der B1 bis den und dann ist jemand von Dandau XP bekommt für dieses dieses Level ich hab immer nur ein Prozent immer nur ein Punkt halt und man braucht glaube ich sieben Milliarden oder so für das nächste Level weil ich sehe immer ich bekomme immer 50 Millionen XP bei Arena der Nente und da sind nur 5 Prozent bei 2 Prozent für die Köln ja könnte man aus der Kette und beim nächsten Mal nicht immer recherchieren wie lange ist dann ich werde schon so ein paar 300 Jahre oder so ich habe es in der Schuhe des Kaps aber so eine Softball vor die Spieler da wurde vor kurzem ja und und er will sich bei diesen nur bei diesen richtig schwachen Biest also so so durchschweigen ich konnte so ein Bildschweiger er wird so was ich war ja aber jeder ist das ja okay Alter ich hab doch wieder als es ist ja ja irgendwo so leben und später zerstören sie diesen Düpen zu viert man ja wirklich witzig und dann und dann so also der Vater ja ich bin ein Looper ich gebe dir jetzt die Waffe hehehe ich finde lustig sind immer noch das also einer so so wenn dieser kleine junge Wuppen vor diesen Test-PT ist ja und dann einfach dieser Reinigung also dieser Vater kommt und dann den sofort diese Ptise wegschubs das ist die beste Szene hast du ja ja da sei es bald gab wo wird dieser Pferd so 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 bei diesen Schüssel so Mama komm her und kackt so und kackt die Mutter noch so ein bisschen so an mann äh so eklat hehehe 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 Mintz Pferd der war schon witzig die Folge also es war echt nur gut gemacht großer Junge peole bei obis hat dann jetzt auch schritte gelangt um wir haben jetzt damit die größte sich gemacht und und Prozent ich hätte mal gedeckt habe mal eine gewettete Gelder nur Spaß das erste Mal bei mehr sieben die runde ist ja man sich gilt es war so vor vier jahren ich habe also schon immer so unglück da war ich sogar bis 46 immer erst schwer der sieben plus fünf hat sich dann bei übelst geist hat dieses moral plus zwei so damit übelst wie wer weil es gab es echt wenige schwert also er sieben und es wird gab es nur einmal es hat sich glaubt nur wenn zwei stück alles gibt es echt wenige und erneut also wir haben jetzt bis zu es wird gemacht um ja ich weiß die tss ist nicht euer ding also nicht 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 von vielen aber ich mache es trotzdem macht eigentlich eigentlich spaß und ja leute viel spaß beim zocken lasst euch von anderen leuten nicht abzocken und bis zum nächsten mal